Noch mal zurück zu diesem Thema, nicht im Kader sein. Ich glaube, es gibt welche, auch bei der Eintracht, die ich echt gut kenne, in der U19 teilweise, was mit denen abgezogen wurde. Die haben dann irgendwie gewartet, bis der Coach rauskam aus der Kabine, aus der Dusche, um die Spielerliste, Kaderliste aufzuhängen, um dann zu sehen, dass sie nicht im Kader sind und mussten dann auch wieder eineinhalb Stunden nach Hause fahren. Weißt du, was ich meine? Also das ist schon echt.